So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmers Dynasty und wir pflügen immer noch ein Feld als Auftrag. Ich weiß nicht mehr für wen, ich glaube Calvin war's, der uns den Auftrag dazu gab. Direkt im Anschluss werde ich dann mein Feld pflügen. Ein weiteres Feld von mir wird gerade abgeerntet, da waren Lupine drauf, glaube ich zumindest. So, umsetzen und weiter geht's. Ich glaube die Ernte ist fast durch auf dem anderen Feld. Und da haben wir wieder einen Kontostand von 6.000 Euro, knapp 70.000 Sozialpunkte noch. Reicht als Puffer. So, hoch. Gleich direkt wieder ran. 6.400 Euro. Der rangiert noch ein bisschen. Vielleicht kommt er sogar noch auf 7.000. Ups, nicht aussteigen. Anheben wollte ich doch nur. Runter und weiser. Flüge das Feld, ja, da bin ich doch schon lange dabei. Hoch. Na, komm. Nahrung, wir essen mal schnell ein Ei. Ah, schon wieder abgestiegen. Immer die falsche Taste. Okay, wir kommen tatsächlich auf 7000. Okay, sehr gut. Da bezahlte ich doch gerne die Helfer. Ach so, 76% gepflügt. Über sie 7000, jawohl. Okay. 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 Ich glaube, der ist jetzt aber fertig mit der Ernte, oder? Komm, dann müssen wir uns beeilen, dass das mal noch schnell fertig wird. Dass wir unser Feld weiter vorbereiten können für die nächste Aussaat. So kommen wir doch besser jetzt voran. So, komm, bitte mach plupp. Hochwenden. 93 Prozent, komm, komm, komm. 94 Prozent, komm, 96 Prozent, fertig. Wo ist Calvin? Wer springt da drüben irgendwo rum? Am See. Hinlaufen. Wobei, hier wäre ich mit dem Drecker vorbeigekommen. Egal. Danke, hier ist etwas für dich. Okay, her damit. So, gut. Zack. Jetzt. Jetzt. Hier ist es fertig. Kleines Feld, großes Feld. Wir fahren erst zum Kleinen. Da 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 da. Kann ich das schön pflügen. Kann ich das schön pflügen? Ich bin auch gleich noch. Oh Gott, oh Gott. 14 Uhr. Das wird ein langer Tag. Das wird ein langer Tag. das wird ein langer Tag. Und da. Das wird ein langer Tag. Das ist ein langer Tag. Das wird ein langer Tag. Das wird ein langer Tag. Sharifisch. Jaaa. ... ... ... Ankunft in Homestead So, dann mal unser Feld beackern. Hier wächst nichts mehr. Tralala. 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 Alles schön. Zwölf Prozent schon gepflügt. Rum, rum, rum. Sieht alles wunderbar aus. 20 Prozent. Und weiter geht es immer im Kreis. Da wird der Motor ganz heiß. Und wieder geht es. Und wieder geht es. Und wieder geht es. So. Sehr schön. 31 Prozent. Wenn das in dem Tempo weitergehen könnte. Aber irgendwann schaffe ich die Kurven nicht mehr. Jetzt geht es schon los. Jetzt fängt es schon an. Aber dies sieht noch gut aus. So. Jawoll. Oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Das war so eine unschöne harte Kante, die wir gerade gezogen haben. So. Möglichst lange einfach nur geradeaus fahren. 44 Prozent. 44 Prozent. offensiv. hopp hopp, hopp. Färtschen drauf galopp. Überstock und Überstein. aber bricht hier nicht das Bein hopp 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 Wärtschenlaufgalopp uh knapp 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 oh Gott Kurve an der Kurve haben wir es jetzt endgültig versemmelt also die hinter uns und die hinter uns Da kommt jemand angechockt, Evelyn, die will immer noch ihre Tomaten haben, oder? Ich hab keine. Tut mir sehr leid, tut mir sehr leid, ich kann da leider nichts tun, was sagen sie nun? Weiter, weiter, weiter. Komm, diese Kurve. Die nächste wird nochmal ganz schlimm. Und wir sind bei 65%. Ich beende hier mal die Folge, tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Da gab es nicht viel zu sehen diesmal. Bis zum nächsten Mal.